Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Heute möchte ich euch einmal ein großes Dankeschön für euer Vertrauen in unsere Politik aussprechen. Denn wäre bereits am Sonntag Landtagswahl, so würden auf uns Freie Wähler 12 Prozent der Stimmen entfallen. Das hat eine repräsentative Umfrage des Bayerischen Rundfunks ergeben. Für uns ist das zum Ende der ersten Legislaturperiode als Regierungsfraktion ein Riesenlob, das wir mit großer Dankbarkeit annehmen. Wir stehen gerne bereit, die erfolgreiche Politik der Bayern-Koalition auch in den kommenden fünf Jahren fortzusetzen. Diese Woche steht erst einmal Plenum und Ausschüsse an, am Freitag dann unsere Maike aus Ruhe in München. Dort beschäftigen wir uns unter anderem mit dem wachsenden Siedlungsdruck, dem Bayerns Ballungsräume ausgesetzt sind. Wir wollen beraten, wie Stadt und Land dem Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse noch näher kommen. Weitere Frage, wie können Unternehmer einer ungewissen Zukunft kreativ und ohne Ängste entgegentreten? Darum geht es beim Klausurschwerpunkt mutiges Unternehmertum. Geschäftsleute haben es angesichts Corona, Ukraine-Krieg, Energieengpässe und Klimawandel nicht immer leicht. Wir sprechen über die vielen Veränderungen, denen sie sich heute stellen müssen. Weiteres Thema sind das Zukunftsbild des Bayerischen Kulturstaates und ein Ziel, das mir persönlich besonders wichtig ist, das heimatliche Sinneserbe. Ich möchte mithelfen, Stadt und Land zu versöhnen und setze mich deshalb für mehr Toleranz gegenüber Landwirtschaft und Menschen im ländlichen Raum ein. Wie das gelingen kann und warum unser Nachbar Frankreich in dieser Frage ein besonderes Vorbild ist, erfahrt ihr am Freitag um 9 Uhr live über unseren Social-Media-Kanal und unter fw-landtag.de. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl Freie Wähler Landtagsfraktion